Ja, hallo, Wolfgang hier, willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich bin gerade zufällig auf eine Turbo 3 Extension gestoßen, die ein wenig KI-Technologie ins Turbo 3 Backend bringt, und zwar eine Extension, mit der wir über AI oder KI alternative Texte für Bilder generieren lassen. Jeder, der mit Turbo 3 arbeitet oder für Redakteure schon Turbo 3 eingerichtet hat, kennt das, die alternativen Texte, die werden oft sehr stiefmütterlich behandelt, werden gar nicht ausgefüllt und gerade im Hinblick auf Barrierefreiheit, aber auch Suchmaschinenoptimierung sind die ein wesentlicher Faktor. Und da kommt diese Extension eigentlich wie gerufen, und die schauen wir uns jetzt mal nach dem Intro an. Ja, wir gehen direkt mal auf meinen Bildschirm. Ich habe das hier schon geöffnet. Die Extension ist die AI File Metadata von der Agentur Marketing Factory. Größe gehen raus. Und ich habe das zufällig gesehen auf LinkedIn. Die Extension ist ziemlich neu, wie wir hier sehen. Sie ist auch momentan noch nicht im Extension Repository verfügbar, sondern nur hier auf GitHub, beziehungsweise sie ist auch auf Packages registriert. Man kann sie also ganz normal per Composer installieren. Was ihr da braucht im Prinzip, ihr braucht ein Turbo 3 12 oder neuer. Also ich glaube, sie funktioniert auch schon in 13. Und ihr braucht einen API-Key von OpenAI. Das heißt, es reicht jetzt nicht, wenn ihr ein Chat-GPT-Konto habt, sondern ihr müsst euch auch auf platform.openai.com registrieren oder einloggen und müsst dann da so einen API-Key erstellen. Den kann man, glaube ich, in einem gewissen Umfang sogar kostenlos nutzen, beziehungsweise man muss dann irgendwie Geld aufladen und dann wird das abgebucht. Aber das sind wirklich Kosten, die sehr überschaubar sind. Also das sind, da sprechen wir von Cent bis vielleicht ein paar Euro Beträgen, wenn man es wirklich sehr intensiv nutzt. Zur Installation, ihr könnt das ganz normal hier installieren, beziehungsweise ich musste bei mir noch dieses AddDev hinten dran hängen. Ich habe das jetzt in meiner eigenen Website mal getestet. Also den Befehl blende ich euch auch ein, beziehungsweise den findet ihr dann unten in der Videobeschreibung, wie ich das jetzt installiert habe. Zu dem API-Key, ich zeige das mal ganz kurz, wo ihr das findet. Wenn ihr euch einloggt bei platform.openai.com, landet ihr wahrscheinlich irgendwo, vielleicht hier in der Dokumentation oder sonst wo. Und dann geht ihr hier auf Dashboard und findet hier die API-Keys. Da sind jetzt schon ein paar von mir drin. Es gab früher auch noch die persönlichen API-Keys. Jetzt ist das Ganze projektbezogen sozusagen. Die könnt ihr euch dann hier erzeugen oder wiederverwenden. Speichert euch den am besten irgendwo ab, weil den könnt ihr euch hier nicht mehr anzeigen lassen. Wenn er einmal generiert wurde, dann kann man den, glaube ich, hier nicht mehr anzeigen lassen. Ich teste das kurz mal. Also den Key selber sieht man hier nicht mehr. Das heißt, speichert euch den irgendwo. Den tragt ihr dann in den Settings der Extension ein. Ich gehe jetzt mal hier in mein Backend. Das ist jetzt meine Website hier lokal auf dem Rechner. Composer basiert mit Docker und DLIF. Geht dann einfach hier in die Settings, in die Extension Configuration. Findet hier dann die AI-File-Metadata. Ich klappe das jetzt nicht auf, weil dann seht ihr meinen API-Key. Den könnt ihr da einfach eintragen. Das sind noch zwei andere Felder da zu irgendeiner ID oder so. Die scheinen optional zu sein. Die habe ich nicht ausgefüllt. Ich habe nur den API-Key eingetragen und gespeichert. Und das war's. Was steht uns jetzt da zur Verfügung? Da gehen wir mal in die Dateiliste. Und ich habe jetzt hier schon einen Ordner mit Bildern offen, die ich in meinem Blog verwende. Da können wir mal gucken, ob ich hier ein passendes finde. Das hier zum Beispiel. Ich zeige das mal kurz in groß. Das habe ich natürlich per AI generieren lassen. Aber wir gehen mal jetzt hier in die Metadaten. Und jetzt finden wir hier einen neuen Button. Wir sehen, der alternative Text ist hier tatsächlich noch leer. Und das klicke ich jetzt mal an und dann schauen wir mal, was passiert. So, das hat jetzt vielleicht so zehn Sekunden gedauert. Und jetzt sehen wir, aha, ein königlich gekleideter Mann sitzt auf einem prunkvollen Thron und betrachtet einen Laptop. Neben ihm steht der Mann in einem weißen Anzug. Okay, das passt eigentlich. Ich würde das mal ganz kurz speichern, denn was ich jetzt noch nicht getestet habe, ist, wie verhält sich sie mit Mehrsprachigkeit? Da muss man mal gucken. Ich speichere das mal ab und wir wechseln mal hier auf Englisch. Da übernimmt er das. Aber was passiert, wenn ich jetzt hier das Ganze mal neu starte? Erkennt er dann, dass das Englisch ist? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wirklich ein Test. Tatsächlich, er erkennt, ich bin jetzt hier in der englischen Sprache und gibt mir dann den Text auch auf Englisch zurück. Also sehr cool. Machen wir noch einen Test von etwas anderem. Vielleicht das Bild hier. Das habe ich mir, glaube ich, von der Typo3-Webseite geborgt für einen Newsartikel. Können wir es mal in groß angucken. Genau, das war das. Ein bisschen abstrakter. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Ein fröhliches, cartoonhaftes See und Maskottchen steht vor einem bunten Hintergrund mit Himmel, Meer und Palmen. Dann schön auf dem das Wort Idea steht. Passt doch, ne? Also gerade für Barrierefreiheit sehr gut beschrieben im Prinzip. Mal gucken, ob ich noch ein Bild finde. Hier müsste eigentlich vom Typo3-Camp München noch ein paar Bilder haben. Ne, habe ich nicht. Aber hier von den Developer Days. Ah, ist auch nur ein Bild. Was habe ich da? Ach ja, das war das Gruppenbild. Ein letzter Test. Okay, das habe ich hier schon manuell eingefügt. Guck mal, was hier die KI draus macht. Den manuellen füge ich mal hier unten rein, damit ich den vergleichen kann. Okay, also es ist jetzt, beides sind in Ordnung, denke ich. Wir sehen, der Text tendiert dazu, ein bisschen lang zu sein. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil es geht ja hier auch um die Barrierefreiheit und die Alternativtexte sollen ja beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Kann man sich ja dann manuell noch ein bisschen kürzen vielleicht. Vielleicht gibt es auch eine Option, das weiß ich jetzt nicht, dass man irgendwie dann in der Extension vielleicht nur den Prompt ein bisschen beeinflussen kann, der da an OpenAI geschickt wird. Das wäre noch so eine Sache vielleicht. Soweit ich es gesehen habe, funktioniert das Ganze nur auf der Ebene hier, also in den File-Metadaten, nicht in den Sys-File-Reference-Metadaten. Wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendein Content-Element mal reingehe, wird der Vollständigkeit halber, wo ich ein Bild verwende, ich glaube hier zum Beispiel, da haben wir hier jetzt keine Option. Also es bezieht sich wirklich nur auf die Datei-Metadaten hier in der File-List, aber das ist auch in Ordnung. In Redakteurschulungen empfehle ich sowieso immer, dass die Redakteure die Metadaten hier über die Datei-Liste pflegen. Coole Extension. Ich glaube, ich werde die feste in meinem Projekt jetzt integrieren oder vielleicht in mehreren Projekten. Gefällt mir ganz gut. Gut, ich gucke mal ganz kurz in die Composer-Jasen. Was haben wir da? Ah, von Christian. Grüße gehen raus, Christian. Coole Extension. Dankeschön. Wir sehen hier 12 und 13. Das passt. Jawohl. Sieht auch ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, testet das mal. Probiert das mal aus und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist es nützlich? Ist es übertrieben? Was wünscht ihr euch vielleicht noch? Man kann natürlich auch auf GitHub dann vielleicht Feature-Wünsche äußern. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch wäre cool. Abo wäre noch cooler. Und dann sehen wir uns vielleicht in Zukunft bei einem anderen Video. Bis dann. Ciao.